Moin Leute, Willkommen zurück zu Far Cry 5 mit unseren lieben Cliff Smith und unserer Schaufel. Schaufel! Cliff, du gehst jetzt erstmal nach der hinten hin, weil ich brauche die gerade nicht. Was kannst du wiederkommen? Ich deck dich, Deputy. Ne, ne, ne. Zentraler Funkturm. Ja, da will ich hin, weil die ist ja der Widerstand. Mein Missionsziel, begib dich zum Funkturm. Hab ich jetzt gerade mal angenommen. Ich hab mir überlegt, ich mach einfach alles kreuz und quer. Warum auch nicht, ne. Ist ja immer geil. Warte, hab ich hier für Waffen. Wo kann ich denn nochmal sehen? Ich hab schon wieder vergessen, hab zu lange nicht gezeigt. Sorry, das sei übrigens gestern kein Part kam. Vielleicht kommt heute ja einer pünktlich. Ich glaube ja nicht, wir haben schon 2.34, aber man weiß ja nie. Ich hab nen Boden, ist ja geil. Seid ihr irgendwo die Leute? Folg mir mal. Ich hab schon so ne leise Vermutung, Leute, was das hier wird, ne. Wir kennen es alle aus Assassin's Creed und aus Far Cry 3 und aus Far Cry 4. Bei Far Cry 2 war das nicht so. Aber, ja, wir wissen glaube ich alle, was jetzt passieren wird. Ich weiß, was du denkst, aber nein. Ich werde dich nicht im ganzen County auf Türme klettern lassen. Keine Sorge. Genau das war ich. Lass du nicht drunter fest. Alles klar. Genau das war ich. Das ist super geil, dass die sowas hier reingebracht haben. Und auch gut, dass man nicht wieder auf Türme klettern muss. Ja, Mann. Ich hab die Insel befreit, Dutch. Hey, Deputy. Ich krieg jetzt ein starkes Signal rein. Sieh mal auf deiner Karte. Ich erklär dir, was ich so höre. Schauen wir uns mal das große Ganze an. Zoom aus deiner Karte raus, damit wir das gesamte County sehen. Haupt-County ist in drei Regionen unterteilt. Im Norden sind die White-Hail-Mountains. Dort hat Jacob Seed das Sagen. Der älteste Bruder dieser scheiß Zeppe. Jacob ist der, der die Sekte ausbildet. Und er ist verdammt gut in dem, was er tut. Eli und die White-Hail-Miliz haben alles gegen ihn versucht. Aber er wird ihnen schon bald den Gnadenstoß versetzen. Südöstlich von dort ist der Hanbane River. Das ist das Servier von Faith, der kleinen Schwester. Ich habe viel darüber gehört, dass die Menschen dort im Bliss den Verstand verlieren. Im Westen findest du das Holland Valley. John Seed ist da gerade erst aufgekreuzt. Und nimmt sich im Namen der Sekte einfach alles. Nahrung, Vorräte und sogar Menschen. Ich kriege jetzt noch viel mehr Signale aus dem gesamten County rein. Ich werde dich über alles Nützliche informieren. Hier ist RayRay auf der Kürbisfarm. Boomer dreht durch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hier ist RayRay auf der Kürbisfarm. Boomer dreht durch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ach, das war schon okay. Interessant. Ja dann, kann ich auch... Ah, ich kann auch mit dem Fall testen. Das ist geil, dass das alles so 3D ist, Alter. Das ist mega nice. Okay, ich bin jetzt gerade hier auf dem Türbchen. Stehe ich aber nicht drauf, oder? Stehe ich da drauf? Ne, okay. Wird zu krass, Alter. Ähm... Ja, interessant, ne? Rainsaw Station. Ist auch ein Erntetruck, da gehe ich als erstes hin. Aber okay. Der Nebel sollte sich bald lichten. Dann können wir dich von der Insel runterschaffen. Hab Geduld, es dauert nicht mehr lange. Okay, boy. Es lädt, es lädt, es lädt. Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Ich hab nur 30 FPS im Laderscreen. Oh, 96. Oh, 30. Oh, 96. Oh, 30. Oh, scheiße. Deputy, ich krieg da gerade was Neues aus dem Holland Valley rein. Eine Übertragung von John. Das musst du sehen. Wir sind alle Sünder. Jeder von uns. Okay. Du, ich. Sogar der Vater kennt die Sünde. Nur allzu gut. Sie ist ein Gift, das uns den Verstand vernebelt. Was, wenn ich euch sage, ihr könntet frei von Sünde sein? Was, wenn ich euch sage, dass alles, wovon ihr träumt, wahr werden könnte, wenn ich euch sage, dass ihr jedes Leid überwinden könnt, wenn ihr nur eine Idee akzeptiert? Dass die Freiheit von der Sünde erreicht wird durch die Macht von nur einem Wort. Ja. Das kennen wir doch. Oh, ist ja die unsere Perle. Ja. Ich bin ein Sünder. Ja. Ich möchte befreit werden. Ja. Ich muss bald erlöst werden. Wenn ihr heute zuseht, dann seid ihr auserwählt worden. Ihr werdet geläutert. Ihr werdet bekennen. Eure Sünden. Und es wird euch... ...uschaufen. Keine Sorge. Ihr müsst überhaupt nichts dafür tun. Das ist geil. Wir kommen zu euch. Ja, das ist nicht so geil. Willkommen... ...bei Idens Gate. Das ist so eine richtige 0815-Youtube-Werbung. Ich will erst zum Truck, Alter. Wo ist der Truck? Der war doch noch markiert. Jungsfund. Ich hab dir für den Anfang 3... Ey. ...auf der Karte markiert. Das Sägewerk im Norden. Das Hope-County-Gefängnis im Osten. Und die Stadt Falls End im Westen. Deine Entscheidung. Aber wenn ich du wäre, würde ich mit Falls End anfangen. Falls End ist also im Süden. Falls End. Die Peggys haben Falls End übernommen. Wenn du mich hörst. Und wenn du uns helfen kannst, dann... Die Peggys haben Falls End übernommen. Ja, komm. Ich bewege mein Musik. Wenn du mich hörst. Und wenn du uns helfen kannst, dann brauchen wir dich. Mary May out. Okay. Interessant. Äh, ja. Wir gehen nach Süden. Erst zum Hündchen. Falls End. Aber erst will ich in diesen... Das ist der Truck. Kann das sein? Oh, guck mal. Hier. Chris Smith ist weg. Ist extra hochgeklettert. Also meine... Wo ist mein Friend, du? Nee, der ist gar nicht. Will den nicht entfernen? Hab ich den jetzt wieder da? Guck mal doch. Logbuch. Ah, okay. Das ist, äh... Faith. Das ist... Jacob. Oder so. Oder war es John? Boah, ich hab keine Ahnung mehr. Bin schon wieder vergessen. Das ist ja krass. Ähm... Wahrscheinlich schon das da sogar. Äh... Charakteranpassung. Online. Nee, geh mal weg, Alter. Da ist Jacob. Und da ist John. Okay. Dann will ich mehr sagen. Hier ist der Truck. Das ist gut. Äh... Geht nicht auf. Auch gut. Ah. Jawoll. Oh. Ja, Mann. Noch dein Signal. Ah, bist du wieder da? Hallo Cliff Smith. Nehmen. Nehmen, 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 nehmen. Hab ich alles? Nehmen, nehmen. Ist ja echt ne Versorgung, ne? Können wir da auch wieder zumachen? Können wir da auch wieder zumachen? Dann wär echt, Alter. Bös. Okay. Ja, wie ich immer sagen, gehen wir zu Falls End, Leute. Mit dem Baseballschläger ist ja nämlich alles geiler. Wird da aber gern was anderes. Ich will was anderes. Ich will was anderes. Ja, Mann. Wer das gemacht hat, tut mir leid. Wir hatten nur Angst. Oh, ich muss diesen, glaub ich. Ich glaub, ich muss diesen. Oh, oh. Muss ich diesen? Mütter mich nachher, glaub ich, einfach, oder? Sorry, boys. Verstanden. Da hin. Immer auf die Karte öffnen. Komm, wird kaputt, easy. Das hab ich tatsächlich nicht gesehen, obwohl das einfach mega-gigantisch ist, ne? Ai, ai, ai. Ritschi, 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 Ritschi. Oh, holla und Wally, okay. Ah, komm mal gar nicht hoch. Klarer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dabei wollen wir nur teilen, was wir haben. Ich bleib an dir dran. Stiel. Feindgesichtet! Was? Wo hast du ein Feind gesichtet? Ist gelogen. Oh. Oh. Nice. Ich glaube, ich will den Bogen haben. Ich glaube, irgendwie das ist geiler mit dem. Oh. Da war noch ein anderes, oder? Ne, war nicht, okay. Ähm. Ich will mal einmal kurz. Kommst du mit drauf? Okay, los, los. Ich muss wegfahren, damit das nicht kaputt geht, wenn ich dieses Ding kaputt mache. Oh, oh. Alles funktioniert? Glaub ich mir nicht. Hm. Wir brauchen was stärkeres, Leute. Okay. Wollen wir mal den Rollo probieren? Das ist halt irgendwie Style, oder? Woo. Oh, oh. Oh, oh. Easy. Ich drücke vor. Hab dich, jemals hier. Okay, jemals funktioniert das nicht. Wir nehmen einfach Dynamit. Drei, zwei, eins. Woo. Easy. Wo seid ihr? Hier. Voll die geile Mucker da. Mal kurz die Typen hier einmal luken. Danke. Danke. Irgendjemand passt auf mich auf. Ja, ich, Mann. Das haben wir ja erledigt. Eintreten. Mie, mie. Ey. Komm zu mir. Äh, ich will jetzt... Ah, Verzerrungs. Wir machen... Wir arbeiten uns langsam vor, bis zum Hündchen. Bis zum Ray Ray. Es ist Ray Ray nicht. Ray Ray ist ja die Pelle, die wir gehört haben am Anfang. Nice. Halt die in Steuerung. Gibt mir ja gar nicht klar. Ach, Reise... Lol, Reise zum Wegpunkt. Ich wundere mich ganz sicher, was macht der da? Lol, das wird auf der Straße angezeigt. Das Navi ist ja richtig geil, Mann. Sehr schön, was er eigentlich tut. Ey, versuchst du ja. Ist klar. Oh, ne. Eingeholt die ganz so viel. Das ist eine... Mmh... ...bufff. Du bist jetzt im Handbrain-Gebiet. Du darfst deinen Sinnen nicht trauen. Und auf gar keinen Fall darfst du auch nur ein Wort von Faith glauben. Auf F, kann man den es nehmen. Und halte dich von diesen weißen Blumen fern. Sie wirken harmlos. Aber die stellen irgendwas in deinen Ketten mehr an. Okay, da ist Simi. Och. Dann warte mal ab, bis du auf diese herumschlufenden Junkies triffst. Die Sekte nennt sie Angels, aber wir können dich zerreißen wie Papier, wenn sie wollen. Als er es hieß, gehen wir nach... Boah Nieders will mir langsam alles zu... ... zu this range. Ich fährt jetzt alleine, wenn ich fahren kann. Tatsächlich. Nein. Ich fährt sogar auf dem rechten, auf der rechten Seite. Alter, was machst du? Was ist denn hier? Ja, wir auch. Was? Der hat sich teleportiert. Ist hier irgendwas, was ich zerstören kann? Boah, 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 was passiert? Herzlichen Glückwunsch, hast deine erste Herausforderung abgeschlossen. Schließe weitere Herausforderungen ab, um mehr Vorteilspunkte zu halten und neue Vorteile freizuschalten. Du schwimmst schneller, kannst du länger unter Wasser Luft anhalten. Okay. Schalte Gleitschirm frei. Auf jeden Fall. Brauchen wir unbedingt. Kletterhaken ist auch geil. Narcalf Ausrüstungstasche. Tragen mehr Falswürfen. Ja, es ist nicht ganz so wichtig. Ich habe ja eine Schippe, ne? Äh, ja. Aber das ist geil. Das ist halt wieder, äh, so Skillbaum und so, ist eigentlich immer geil. Hilf Boomer auf der, auf Railways, Kürbisfalm und Holland Valley, um ihn als Vierbeiner auf Abruf vorzuschalten. Ah, nice. Ja, das machen wir doch glatt. Erntebefehl. Der Kollaps hat begonnen. John will, dass wir so viel mit blitzversetzten Dünger, alter, wie möglich in diesem Silo lagern. Aber seid vorsichtig. Das Zeug ist Hochexplosiv. Oh. Wir werden gemeinsam zu den Toren von Eden marschieren. Okay. Nice, man. Sick, bruh. Da kann ich noch was rufen. Das ist T-Zero, was ist irgendwie... Ist hier drin? Ah. Ah. Bienen töten. Bienen töten. Bienen töten. Bienen töten. Jetzt mal fackel ich die Viecher einfach ab, oder? Sterb. Uh. Bienen töten, Bienen töten. Das läuft hier. Eins. Viel Glück, der Beauty. Ja, okay. Ich brauche jetzt aber wieder mein Auto. Ähm. Cliff, was machst du da? Nach dir. Cliff. 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 Cliff, Alter. Okay. Der will das nicht alleine durchziehen. Ja, machen wir bald. Ich will erstmal jetzt, äh, zu Ray Ray und Boomer Farm retten. Ich folge dir. Ich bin gleich hinter dir. Ich bin gleich hinter dir. Boah. Was macht nochmal los? Alles im Wegpunkt. Wir haben nicht mehr viel Zeit in diesem Part. Nein. Schnell zu Ray Ray. Sind wir noch auf dem Weg zu Ray Ray? Wir sind zu Ray Ray. Oh moin. Ist wieder voll. rein. Wir müssen sofort raus. Hallö. Heiliger. Guter Schuss. Danke. Einmal. Du mein Ding. Äh. »Ack«. »Jetzt wird's lustig!« »Loll!« okay das war lustig ich habe schon was angesammelt zivilisten mit einem können angeheuert werden okay nach den anderen jahren treten sie deiner helfer zur wahl bei und werden automatisch zu deinem team zugewiesen mit dem vorteil führung kannst du einen zweiten helfer in dein team aufnehmen ich meine bereits zugewiesene hilfe auf abruf durch eine neue zu ersetzen ah ok ich kann aber nur einen oder wer ist denn das gesamt der hat schon neun kills bereit in 1 minuten 50 ok repariert das vollzeug dass du fährst erreiche zwölf gesamtkills um diese fähigkeiten freizuschalten ok erreiche fünf gesamtkills um diese fähigkeiten freizuschalten und erreiche zu ah ok der hat wahrscheinlich jetzt andere fähigkeiten ich will aber lieber den nämlich ich nehme den glück wieder dann gehe ich besser zu meiner frau schlacken arschloch ich bin bereit geht klar und los geht Alter fahr doch nicht man Quatt easy prefire easy live Oh, die sind kaputt würde ich sagen. Wow, die ist eine geile Karre, Alter. Wir kriegen Ärger, ich lauf los! Ich hole die gar nicht. Ich krieg die Ärger, ich lauf los! Okay, geht klar. Wo ist denn der hin, Alter? Wollen wir mich verarschen? Der geht auf jeden Fall drauf. Sektenaußen... Achso, das sind Außenposten. Okay, sobald du an Sektenaußenposten bereit bist, hast du Zugriff auf neue Missionen und Geschäfte. Sektenaußenposten sind verfügbar über bis zu drei Alarme. Wirst du entdecken, bevor du sie entschärfen konntest. Hä? Sektenaußenposten verfügen über bis zu drei Alarme. Wirst du entdecken, bevor du sie entschärfen konntest. Wird Verstärkung gerufen. Alles klar. Okay, das ist ja genau gleich wie im Far Cry 4. Easy, Leute. Lass dir halt auf, wenn man Brems noch weiterfährt. Ja, das ist ein bisschen... ...komm, wir müssen es begriffen. Wird stopp. Wird stopp. Wird stopp, Alter. Ich hab ja Boomer den kleinen... ...kleinen Frechdachs. Wird der noch? Der ist scheiße der Typ. Ich will den anderen wieder. Der ist viel routinierter und geiler. Das ist nicht das Zauber. Möchtest du, dass ich dir die Beichte abnehme? Der ist ne bessere Stelle. Ja. Ich öffne den... ...als ob ich den Käfig nicht geöffnet hab. Aber so ging's auch. So sollen die erstmal die Kills machen. Hallo. Hallo, kleines Hühnchen. Oh. Du musst Boomer sein. Was hast du? So ein fucking... ...weil schon... ...reifer in deinem Hals, Alter. Wer ist das nochmal? Haken. Kletterhaken. Spezialisten sind Helfer auf Abruf oder... ...Vierbeiner auf Abruf, die verfügen... ...verfügbar werden, sobald du ihre Mission abgeschlossen hast. Äh, sie sind zu mehr fähig und haben von Anfang an spezielle Fähigkeiten. Jeder Spezialist kann im Vorteilsmenü verbessert werden, um die Abklingzeit zu verringern. Oh fuck, boys. Der nimmt schon, wenn da noch einer ist. Hä? Sind die alle tot? Ich wär dann soweit. Gute Idee. Der den Eiskalk gekillt, man. Gibt's ja nicht. Tja, dann gehen wir jetzt noch einmal hier rein. Einmal durchlooten. Oh. Brief von Ray Ray. Russell, bitte liest das. Seit du weg bist, belässt ich mich Edenskate wegen unseres Grundstücks. Gestern kamen dann ein paar von denen zum Haus und sagten, wir wären gezeichnet worden. Sie meinten, dass sie Ryan für ihr Projekt holen würden und dass Boomer zu einem Kerl namens Jakob im Norden kommen soll. Hey, ich weiß, dass wir unsere Differenzen hatten, aber du hast mich alleine mit unserem Jungen zurückgelassen und ich habe entschieden, dass ich nicht nachgeben werde. Ich lasse nicht zu, dass diese Leute unsere Familie zerstören. Ich hoffe, du verstehst das. Ray Ray. Okay. Warte mal, von wem? An Russell. Okay. Hallo. Huch. Wer ist denn Ray Ray? Hat jemand Ray Ray gesehen? Gute. Was ist das? Mamas Plan. Ryan. Nein. Wenn du das liest, hast du Mamas Plan genauso befolgt, wie wir es geübt haben. Bravo, Junge. Jetzt nimm diese Vorrähte, schlag dich in die Wälder und denk daran. Wenn Mama in drei Stunden nicht da ist, dann gehst du nach Süden und blickst nicht zurück und vergisst nicht die Sicherung der Waffe auf Aus zu stellen. Das ist sehr wichtig. Ich liebe dich, bis es kracht. Mama. Ah, okay. Der hatte Ray Ray wohl einen Sohn. Oder hat? Van Dog, Northern American Champ, Uma. See him at Ray Ray's. Okay. Das ist ein Gundog. Ja. Okay. Dann ist hier Ray Ray nicht anzutreffen. Und dann würde ich sagen, wie es weiter geht. Und wie lange wir noch brauchen, bis wir zu Falls End gehen, kommen. Sehen wir ja dann. Tschüss Leute. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.